wir sind immer noch hier in dieser isolierten vergas universum bei kirby und machen weiter mit der kuppe sind die eislevel gewesen wo das aber ein krasses setting im grün im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie müssen doch irgendwo herkommen. Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe drei Dosen. Die habe ich auch so sehr einfach weggeballert. Haben wir auch alles. Wer war hier eigentlich nochmal der Boss? Ice. Wer war bei Ice nochmal der Boss? Ich habe es ja vergessen. Kapzandra und dann... ... 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 So, warte geht's. Ich weiß immer noch nicht, wer der Boss hier nochmal war. Das war eigentlich super. Ach, warte, war es nicht der? Nein! Es wäre ultra gut, wenn ich Eis bekommen würde. Was, was? Ich werde grob ja zum Glück nur. Wir sind in so einer speziellen Welt. Die Welt nach dem Endboss. Ich habe schon die ersten drei Level verpasst. Ich habe die ersten drei Level schon gemacht. Ich wünsche es würde ein Eisbär kommen. Ich habe die ersten drei Level verpasst. Der Eisbär perfekt, den muss ich auf jeden Fall einschlucken. Ich bin schon. Das war's für heute. Ach, das passt nicht Pizza, weil du ja nicht stärker wirst. Du kannst ja nicht deine Attribute selber stärken, deswegen ist es schwierig dann die Gegner alle stärker werden zu lassen. Das würde das Spiel eigentlich einfach nur schwerer machen. Das ist eigentlich nicht so der Sinn von einem New Game Plus, wenn du mich fragst. Kann ich nicht einfach übers Wasser, ne kann ich nicht, das Wasser ist anscheinend zu kalt. Ey, das fuckt überall ab. Was hast du hier für einen Scheiß? Du machst ja deine Masken nur stärker und dann auch nur im Angriff. Deine Verteidigung bleibt die ganze Zeit gleich. Fuss, bisschen Brot. Ähm, danke schön. So, jetzt habe ich hier... Ich habe alles gesammelt. Alles, was geht. Jetzt müsste der Endbox kommen und dann müsste ich alle fahren. Oh, hier gäbe es auch noch mal Eis. Wer war das nochmal? Ah, DDD, stimmt. Vergessen. Nein, 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 nein Das ist so lächerlich, dass ich alles tanken kann. Ich warte darauf, dass mal was kommt, was ich nicht tanken kann. Aber ich kann alles tanken. Ich dachte, ich wäre nicht drin in der Range. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich habe alles eingesammelt. Der hat mir jedes Mal gesagt, du hast alles. Also ich müsste alles haben. Wenn ich jetzt nicht alle habe, dann kommt da noch ein Addon oder so. Okay, alle gefunden. Endlich mal ein Level, alle gefunden. Boah. Ich bin ganz ehrlich, auf Wüste habe ich gar keinen Bock. Ja, jede Welt nochmal, aber komplett schwerer. Komplizierter. Richtig. Nein, sagt er. Nein, sagt er. Nein, sagt er. Eh. aus. Ey. Hey! 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 Ach nee! Ich könnte nichts Schlechteres haben als den Bohrer. Nein! 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 Ich habe alles. Ups. Ich bin fast tot. Hier gibt es aber wieder nichts zum heilen. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ein bisschen Leben fände ich jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Was hat der denn für eine Rolle gemacht? Oh, Leben. Feels gut. Oh, das ist ja gut. Ich glaube ich hätte gerne bei Kirby ein bis zwei Verwandlungen mehr gehabt. I'm a Sawyer. Hab alles. Ach. Also auf Level 3 macht der Tornado echt Spaß. Wie viele Dosen habe ich? 100. Gut. Da ist ein Loli. Brauche ich um hier durchzukommen anscheinend. Das ist ein Loli. Das ist ein Loli. Das ist ein Loli. Habe ich es verkackt? Deswegen. Das ist ein Loli. 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 War hier nochmal der Boss? Oh ja, der Komische Dudes, da brauche ich auf jeden Fall Eis Eis wäre sehr gut Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, wow. Aha. Witzige Eis. Feuer. Feuer. Witzige Eis. Witzige Eis. Witzige Eis. Witzige Eis. Okay. Oh, nein, jetzt ist er weg. Ja, ich gut habe auch Kratzen. Jetzt. Gut, das Fenster auf. Oh. 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 Gibt es hier Eis? Sag mir, hier gibt es ein Eis, Mann. Ach, nur ein Rad. Dann puste ich das Feuer einfach aus, ja. Einer noch. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das wird brutal schwer. Man, ich hätte mal Eis holen sollen. Ja. So ist die Kamera so scheiße. Oh, Luft. Oh, Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 kann ich Eis nehmen? Ich nehme Eis. Allein wegen dem Boss. Und ich kann damit lieber Feuer. Ja das ist schon gut, dass ich hier Eis genommen habe. Oh! Was ist das denn? Echt! Echt? So? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Entweder habe ich es da noch nicht so ganz begriffen, wie das funktioniert, aber jetzt die letzten beiden und das funktioniert ganz gut. Das war's für heute. 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 jetzt muss ich den boss mit wasser bekämpfen auch noch nicht gemacht muss ich den mit wasser bekämpfen noch nicht so schlecht oh essen what oh und 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 777 Schuss wollen die mir irgendwas damit sagen und 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 also wer immer noch nicht glaubt das eis komplett broken ist da ist noch der boss ich bin fast full life ich habe eis besser geht es fast gar nicht wer war denn hier der boss und ach ja nochmal König DDD natürlich nicht aber ich Okay. Ja, das ist die einzige Attacke, die mir was abzieht. Weil ich hier im Feuer stehe. Die einzige, die ich nicht treffen kann. Oh ha. Oh, oh, oh. Das Feuer macht mich gerade fertig an. Noch kaum. Mann. Ach man, das mit dem Feuer ist auch scheiße. Okay. Oh ja. Mann, wenn ich da in die Lava falle, dann... Ach man. Bleib doch mal ein bisschen stehen, my friend. Nein. Jetzt falle ich wieder in die Lava. Wie soll das denn gehen? Jetzt habe ich nicht mal das Eis zur Auswahl. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. Mein einziger Gute ist, ich mache übel Schaden damit. Wenn ich das auf Plus Eins hätte... Ja, aber Deffen kann ich halt auch gar nicht damit. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. Gut, danke. No, no, no. Ach Ficken. Ach **** Mann da liegt er auf Lava Meine Kappe ist weg Die Kappe ist weg Was ist das? 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 Ach man, dieses Scheißfeuer Was ist das? 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 Was ist das?